In der letzten Zeit haben Sie einige französische und russische Lyriker kennengelernt und je einen portugiesischen und einen italienischen. Bevor es mit deutschen Gedichten weitergeht, will ich Ihnen noch einen ungarischen Lyriker vorstellen und Sie gleichzeitig um Verzeihung bitten, dass ich der abendländischen Lyrik nicht so viel Raum einräume wie der deutschsprachigen. Und so vermissen Sie in meiner Geschichte der Gedichte vielleicht Ezra Pound und Dylan Thomas oder T.S. Eliot und Jorgo Seferis, die beiden Literaturnobelpreisträger. Oder die Lyrikerinnen Anna Akhmatova, Edith Södergran und Gabriela Mistral, die ebenfalls den Nobelpreis erhielt. Oder Federico García Lorca oder William Carlos Williams. Aber so wie Lyrik für alle Ihnen von mir in zehn Minuten Happen serviert wird, was ich gut finde, weil ich dadurch gezwungen bin, mich auf das Wesentliche zu konzentrieren, so ist es auch mit den Lyrikern selbst. Auch hier muss ich mich beschränken. Einerseits muss ich mich auf die beschränken, die ich Ihnen vortragen kann, ohne mich zu verstellen. Und andererseits auf die Dichter, die man ohne große Erklärungen verstehen kann. Denn ich habe ja nur die Möglichkeit, Ihnen mit einem einmaligen Vortrag die Gedichte verständlich zu machen. So viel zu diesem Thema. Aber jetzt geht es um Attila Josef, den ungarischen Lyriker. 1905 als Sohn einer Budapester Waschfrau geboren, der seine Eltern, der Vater war Arbeiter, schon früh verlor. Als Schiffsjunge auf der Donau, als Zeitungsverkäufer und als Schweinehirt hat er versucht zu überleben. Und wenn man für Attila Josef ein grundsätzliches Gedicht für sein Dichten suchen wollte, dann könnte es das Folgende sein. Winter. Man müsste ein großes, großes Feuer anbrennen, das sich daran Menschen anwärmen können. Hineingeworfen all der alte Plunder, dann sängen Flammen Himmel hoch, ein Wunder. Ein solches Feuer müsste man zünden, da Stadt und Dorf jetzt unterm Rauhreif beben. Eiskarten müsste man aufhauen, um zu künden, dass da ein Feuer ist, viel Wärme zu geben. Glaubt mir, solch großes Feuer müsste man zünden, um aufzutauen die Menschen, dass sie leben. Das folgende Gedicht trägt den Titel »Der Hunger«, die Dreschmaschine steht. Der Staub treibt weg wie Nebel, die im Herbst sich oft verspäten und senkt sich auf die krummen Rücken, die verdrehten auf Hälse sich. Wir Männer essen, voll von Dreck. Das Hemd wird kalt am Leib, der Schweiß klebt's fest. »Herr mit dem Brot, den Gurken, ess doch schneller«, »kein Brocken geh verloren, her den Teller«, »nach jedem Biss befiehlt der Hunger, esst.« »Was sonst geschieht, das haben wir vergessen, und Biss trifft Biss, es kann kein Biss mehr warten.« »Doch kauen wir gut an jedem Stück dem Harten, und essend füllen wir wie blind und taub die Bauernlungen uns mit schwarzem Staub.« »Wir essen, essen, reden nicht wir, essen.« Mit 17 veröffentlichte Josef sein erstes Gedichtebuch »Bettler der Schönheit« und ging auf ein Lehrerseminar, von dem er aber wegen revolutionärer Gedichte religiert wurde. »Arbeiter. Wir haben Nerven wie ein Netz, die Maschen vom Grauen des Gestern und des Heut gestrafft. Wenn wir nach Haus gehen, piepst in unseren Taschen ein Hungerlohn, der Preis der Arbeitskraft. Ein Stückchen Brot liegt auf der Abendzeitung, in der groß steht, dass hier das Volk regier. Man frisst das Brot, schlürft Wasser aus der Leitung und schläft sich bei. Der Mensch ist doch kein Tier!« Attila Josef versuchte in Wien und Paris weiter zu studieren, doch Kraft und Geld fehlt, um in der Fremde zu leben. Tristan Zara, der Surrealist, einer seiner zahlreichen Freunde in Paris neben Louis Aragon und Paul Éluard, schreibt über ihn, »Dieser Sohn einer Wäscherin und eines grillenhaften, abenteuerlichen Vaters erblickte sein poetisches Universum auf ganz natürliche Weise im Stoff seiner Vorfahren. Und sein Leben, so verworren bis in die Verzweiflung und gleichzeitig von Klarheit geprägt, ist es nicht der Widerschein der schwierigen Lage der Enterbten in einem Regime, das materielles Elend produziert zur Aufrechterhaltung seiner Macht? Josef kehrt in dieses Ungarn zurück, in dem König Karl IV. versuchte, wieder die Macht zu erringen und das Land immer rechtsradikaler wurde und in die arme Hitlers trieb. Attila Josef verliebt sich. Meine Liebste ist schlank, mit festen Hüften. Ihr Lachen ist wie der ungeschälte Apfel, in den sie beißt. Wenn sie Brot knetet, steht sie früh auf wie die Bäcker. Das Mehl stäubt und legt sich an ihre schöne nackte Brust. Und wenn sie mein Herz blank geliebt hat, meine Liebste im duftenden Bett, schläft sie ein. Doch die Liebe scheitert, wie die Jugend, wie das Lehrerseminar, wie der Ausflug nach Wien und Paris. Josef wird Kommunist in der illegalen kommunistischen Partei. Doch enttäuscht von seinen Gesinnungsgenossen scheitert auch das. Er führt ein elendes Leben, verfolgt von der ungarischen Geheimpolizei, zermürbt von Hunger und Krankheit. Mit 32 Jahren wirft er sich vor einen Zug. Im letzten Gedicht, das Sie von ihm hören, schildert er sich selbst. Attila Josef. Gut war er. Heiter. Als verdrießlich auch bekannt, wenn man verlachte, was er seine Wahrheit nannt. Er liebte gut zu essen. Was als sicher gilt, in ihm sah mancher manchmal Gottes Ebenbild. Ein Arzt, ein Jüdischer, ließ ihn nicht ohne Mantel gehen. Jedoch die Seinen nannten ihn, lass dich nicht wieder sehen. Hat in der Kirche seinen Frieden nicht gefunden. Nur Pfaffen. Durch Sturz um Sturz war er bedeckt mit Wunden. Zwar hat sein Elendlos die Welt gestört, doch hat die Sorge um ihn endlich aufgehört. Denen, die es interessiert sei, gesagt, dass die Übersetzungen der Gedichte weitgehend auf Nachdichtungen von Stefan Hermlin und Peter Hacks basieren. Für weitere Informationen schauen Sie bitte auf meine Homepage www.rezitator.de oder schreiben Sie mir per frankiertem und beschriftetem Rückumschlag. Ich würde mich freuen, wenn Sie das täten. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, Ihr Lutz Görner. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.